Moin! Willkommen in Hannover Hauptbahnhof, im Tunnelbahnhof der Stadtbahn. Wir steigen ein in einen Zug der Linie 9 und fahren bis zur Station Waterloo. Der Zug fährt weiter nach Empel, und ein Gegenzug kommt an. Auf den inneren Gleisen fahren die Züge der Linie 9, außen die der Linien 3 und 7. Linie 3, Belschwerden. Linie 3, Belschwerden. Linie 3, Belschwerden. Die Strecken verzweigen sich hier. Die Linien 3 und 7 fahren in Richtung Süden. Dabei führt dieses Gleis offenbar unter den Gleisen der Linie 9 hindurch. Linie 4, Belschwerden. Linie 5, Belschwerden. rein in Richtung Süden. Linie 3, Belschwerden. Linie 5, Belschwerden. Die Gleise der Linie 9 biegen nach Osten ab. Die Gleise der Linie 9 biegen nach Osten ab. Ein Blick in die südliche Eingangshalle der Station. Warterloh ist die letzte Haltestelle im Tunnel. 200 Meter weiter südlich, in der Mitte der Lavisallee, liegt die Tunneleinfahrt für die Linien 3 und 7. Die Gleise der Linie 9 biegen nach Osten ab. Die nächste Station ist Allerweg. Auch diese Haltestelle hat Hochbahnsteige. Die Gleise der Linie 9 biegen nach Osten ab. Die Uestra, die Stadtverkehrsgesellschaft von Hannover, besitzt auch Mercedes e-Zitaro Gelenkbusse. Am Hauptbahnhof gibt es zusätzlich eine oberirdische Haltestelle der Stadtbahn, ebenfalls mit einem Hochbahnsteig. Die Gleise der Linie 9 biegen nach Osten ab. Untertitelung des ZDF, 2020 Mit diesen Bildern sag ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal!